Herzlich willkommen, lieber Zuschauer, zu meinem Video zum brandneuen Online-Training von Tommy Seewald und Sven Hansen. Hier geht es um das Thema, wie du anonym, ohne eigenes Produkt Geld im Internet verdienen kannst und das ohne dein Gesicht zu zeigen. Tommy Seewald und Sven Hansen sind bekannt für ihre Online-Brands Marketing Minds und für ihre Software-Tools von ConvertTools. Da haben sie sehr viele Tools rausgebracht und sie haben über 70 Lounges begleitet und das auch erfolgreich als Affiliates. Und ich möchte dir ein paar Hintergründe zum vorgestellten Produkt, zum Online-Training an sich und so weiter und so fort, alles, was ich schon herausgefunden habe, mal ein bisschen mitteilen. Und zwar bekommst du, wenn du dir das Online-Training, also wenn du über meine Seite jetzt gerade anmelden klickst, kannst du dich hier einfach kostenlos nur mit deiner E-Mail-Adresse für den 19.07. um 10.30 Uhr eintragen und daran teilnehmen. Du wirst ein Drei-Schritte-System erfahren und eine geheime neue Strategie, die werde ich dir auch gleich so ein bisschen erläutern, was da auf dich zukommt. Und das ist eine sehr große Chance und du bekommst halt, wie gesagt, von mir auch noch Bonus-Inhalte im Wert von 1.399 Euro, wenn du am Ende dich entscheidest, dir das Produkt zu sichern. Es wird ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben und wir schauen auch gleich mal rein. Also wer sind Tommy Seewald und Sven Hansen eigentlich? Also sie haben 70 Produkt-Lounges begleitet und es wird hier in dem späteren Online-Kurs um das Thema Affiliate-Marketing und um das Thema gehen, dass du ohne eigenes Produkt im Internet Geld verdienen kannst und du bekommst da sehr viele tolle Inhalte. Aber was macht die beiden, also was zeichnet die beiden denn aus? Also es gab gerade einen Launch von Ralf Schmitz zum Affiliate-Code und die beiden haben den ersten Platz dort gemacht. Also ich habe übrigens auch daran teilgenommen, also hier kann man sehen, Marketing meins, die beiden sind auf Platz 1 gewesen. Ich habe übrigens auch daran teilgenommen, bin Platz 9 geworden. Es wird am Ende diesen Monats und Anfang nächsten Monats auch ein Interview von mir und Ralf Schmitz geben. Also wann genau das veröffentlicht wird, das werden wir noch sehen, aber ich werde euch definitiv in meiner E-Mail-Liste daran teilhaben lassen beziehungsweise euch darauf hinweisen, wann das stattfinden wird. Übrigens, wer noch nicht in meiner E-Mail-Liste ist, in der Videobeschreibung findest du auch den Link zu meinem E-Book. Da kannst du dich kostenlos eintragen und da werde ich natürlich immer ein paar Insider-Informationen oder sowas, auch wie das Interview und ein paar Gratis-PDFs und die besten Deals immer vorstellen. Also wer noch nicht dabei ist, dann gerne nochmal da eintragen. So, schauen wir uns mal ein paar Details an. Also du wirst auf jeden Fall ein, es wird um ein bestimmtes Thema gehen und zwar auch um das Thema Ad-Arbitrage und eine bestimmte Strategie, die 2020 sehr erfolgreich sein wird. Und das solltest du dir nicht entgehen lassen. Also melde dich definitiv zu dem Webinar an. Also ich will jetzt noch nicht zu viel verraten über das Produkt, was vorgestellt wird. Ich habe einiges in meinem Artikel reingeschrieben, der Link ist in der Videobeschreibung. Das will ich aber in dem Video jetzt nicht erwähnen. Und zwar wird eine Strategie vorgestellt, die richtig krass ist. Es wird eine Lizenz geben für dich, mit der du richtigen Umsatz ohne eigenes Produkt machen kannst. Du wirst eine Möglichkeit haben, E-Mail-Adressen einzusammeln. Du wirst da richtig coole Tools an die Hand bekommen und das Ganze für einen sehr guten Preis, wie ich finde. Und die Dinge werde ich jetzt noch nicht verraten, weil du sollst dir natürlich auch das Webinar dann anschauen. Gerne über mich. Ich möchte dir an dieser Stelle einmal meine Bonus-Inhalte vorstellen, die du bekommst, wenn du dich über mich anmeldest und dir das Produkt über mich sicherst. Da habe ich mir da richtig coole Sachen zusammengesammelt. Wenn du, schicke mir danach einfach eine E-Mail an info at startuprakete.de. Und zwar gibt es hier mein E-Book erfolgreich online verkaufen, meine 50 Growth-Hacking-Website, die ich empfehlen kann. Es gibt etwas für die Leute, die sich auch schon mal was über mich gesichert haben und meine Bonus-Inhalte auch schon mal bekommen. Es gibt etwas Exklusives auch für euch, damit ihr natürlich auch immer was davon habt. Und zwar meine Sales Funnel Toolbox. Dort stelle ich vor, wie man mit Einmalzahlung eine E-Mail-Software hat mit Einmalzahlung, die sehr günstig ist und die ganzen Features hat, die die ganzen großen haben. Und eine fast hundertprozentige Auslieferungsrate. Das ist richtig krass. Dann eine Webinar-Software, die nun mit Einmalzahlung läuft. Das sind alles Tools, die ich auf meinem YouTube-Kanal noch nicht vorgestellt habe, die exklusiv als Bonus sind. Die habe ich extra dafür aufgenommen. Das ist ein Videokurs mit Anleitung, Verknüpfung und allem drum und dran. Dann gibt es den Kundenbooster-Avatar. Und zwar gibt es da alle möglichen Strategien. Neuen Geheimnisverkauf, Verkaufspsychologie, profitable Geschäftsmodelle, Affiliate-Checklisten und als Mega-Zusatz gerade für Affiliate-Marketer. Wir haben eine Video-Software-Lösung für Instagram. Die kostet normalerweise 20 Dollar im Monat. Ich würde sie Lifetime als Bonus for free zur Verfügung stellen. Für diesen Bonus gibt es eine Software als Bonus und zwar die Story-Software. Die ist für Instagram. Damit kannst du richtig geile Story-Videos swipe up. Die ist das. Link in der Bio und so. Gerade für Affiliate-Marketer richtig nice. Das sind die Bonus-Inhalte, die ich dir biete. Also jetzt gerne über mich anmelden. Würde ich mich natürlich freuen. Wenn du Fragen dazu hast, dann gerne per E-Mail schreiben oder in meine Telegram-Gruppe. Um natürlich auch mir per E-Mail schreiben zu können. Beziehungsweise die ganzen neuen Infos, weil ich zu allen Launches beziehungsweise zu allen Produkten. Du siehst, ich gebe mir Mühe. Ich recherchiere. Ich mache Mehrwert hier für dich, damit du am Ende entscheiden kannst. Ist das was für mich? Möchte ich das? Weiß ich, was drin vorkommt? Was ich bekomme? Und dafür ist es natürlich meine Aufgabe, euch diese Information zur Verfügung zu stellen. Also abonniere gerne meinen YouTube-Kanal und melde dich einfach für das brandneue Webinar an, damit du die drei Schritte und die geheimen Informationen natürlich nicht verpasst für 2020. Das ist nämlich immer live und es wird, glaube ich, ich weiß nicht, ob es mehrfach stattfindet. Das ist mal so, mal so. Es kann sein, aber es ist immer live. Es ist keine Aufzeichnung. Deswegen würde es natürlich definitiv Sinn machen, daran teilzunehmen. Also gerne abonnieren in meinen E-Mail-Newsletter mit reinkommen, damit du die ganzen Zusatzinformationen und den ganzen Mehrwerten nicht verpasst. Weil die meisten Mails werden halt nur einmal rausgeschickt und die bekommst du auch nur dann so mit. Also in diesem Sinne hoffe ich, dass du schon mal einen Überblick hast. Dass du, genau, alles kannst du, wie gesagt, in dem Artikel in der Videobeschreibung nochmal nachlesen. Und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos.